Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilandsworte. Gebet. Milliarden und Millionen, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzens Mariens und mit ihren Bluttränen. Dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es, Heilandsworte. Ich brauche Söhne, Seelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Und segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Jesus, Maria und Josef, ihr seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priestersälen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Wir folgen uns, eine Herberge für die Liebesnahme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Bitte täglich den Herzenstausch mit Jesus und der heiligsten Jungfrau Maria, allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wankermütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kannst. Liebster Herr Jesus Christus, von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wankermütiges Herz aus gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kannst. Erfülle meine Bitte, du Gute und Getreue Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Boldenes Ave Maria, wie der heilige Gertrud offenbart, sei gegrüßt, du weise Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rose, himmlische Ammut, von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte. lehre unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderliebe. uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Vielen Dank.